In der heutigen News-Folge geht es um. Steilkurve in Zandvoort ist fertig. Kommt es zum Protest gegen Racing Point? Statement zum Ferrari-Motor? Vietnam-Rennstrecke ist fertig. ServusTV an Formel 1 interessiert. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Die Bauarbeiten der Steilkurve im Circuit Park Zandvoort sind abgeschlossen. Mit 18 Grad ist diese Steilkurve doppelt so steil wie die in Indianapolis und besitzt eine spezielle Oberfläche, um den Reifenabrieb zu minimalisieren. Die Kurven 3 und 10 wurden ebenfalls überarbeitet, um die Anforderungen der Formel 1 zu erfüllen. Die Hugenholz-Bucht ist sogar minimal steiler als die letzte Kurve. Hier auf YouTube gibt es eine Onboard-Aufnahme von Tom Coronel, zwar im Regen, aber man kann sich dadurch ein Bild von der Kurve machen. In einem der ersten Rennen könnte es zu einem offiziellen Protest von drei Teams gegen Racing Point kommen, da sie den W10 von Mercedes quasi 1 zu 1 kopiert haben. Die vier müssen nun klären, ob es den Regeln entspricht oder nicht. Aber sie schalten sich nur in zwei Sachen ein. Erstens, wenn ein Auto bei der technischen Abnahme vor einem Grand Prix beanstandet wird. Oder zweitens, ein anderes Team Protest einlegt. Renault denkt ernsthaft darüber nach, den rosaroten Mercedes zu melden. Vielleicht auch McLaren und auch Williams. Sie wollen die ersten Saisonrennen abwarten und falls Racing Point an vierter Stelle steht, folgt wohl der Protest. Auf der anderen Seite stehen AlphaTauri und Haas hinter Racing Point. Haas-Teamchef Günther Steiner hat kein Problem mit dem Kopieren, da es ja nicht illegal ist. Und AlphaTauri-Teamchef Franz Toast meint, dass eine Zusammenarbeit so eng wie möglich sein soll. In erster Linie geht es Renault nicht darum, sie zur Disqualifikation zu bekommen, sondern ein für alle Mal klären zu lassen, was erlaubt ist und was nicht. Racing Point selbst stellt sich die Frage, worüber sich die Teams denn beschweren, denn sie hätten ja nichts Illegales gemacht. Für Andy Green ist das Kopieren des W10 eine logische Folge der finanziellen und personellen Aufrüstung von Racing Point seit dem Einstieg neuer Investoren. Zum Ende der diesjährigen Wintertestfahrten hat die FIA ihre Analyse des Ferrari-Triebwerks abgeschlossen und mit den Italienern auf einen Vergleich geeinigt. Was genau, bleibt zwischen der FIA und Ferrari. So eine Motorenkonfiszierung und Untersuchung ist normal. An einem Rennwochenende zu untersuchen, sei zu kompliziert. Letztes Jahr gab es immer wieder Stimmen über mögliches Betrügen, wobei es Ende 2019 zu einer Regelverschärfung kam. Dadurch musste Ferrari Leistungseinbußen hinnehmen, diese führten aber zu anderen Ursachen. In Abu Dhabi kam es nochmal zu einem kleinen Zwischenfall mit der Benzinmenge, die Ferrari 50.000 Euro kostete, aber Ferrari wurde vor dem Rennen bereits gewarnt. Die FIA und die Scuderia haben sich auf eine Vielzahl von technischen Verpflichtungen geeinigt. Diese sollen die Überwachung von allen Motoren verbessern. Die Bauarbeiten in Hanoi sind abgeschlossen und es soll wie geplant stattfinden. Ende März 2019 hat das Ingenieurbüro Hermann Tilke mit den Bauarbeiten begonnen und letzte Woche wurden die letzten 150 Meter Asphalt des 5607 Meter langen Kurses gelegt. Asphaltproben wurden schon vorher an Labore in Singapur und Deutschland geschickt, um zu wissen, ob die vier Anforderungen vor dem Legen der Rennstrecke erfüllt sind. Die 300 Meter lange Boxenanlage wurde Mitte Januar fertiggestellt. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Fertigstellung an Gebäuden und anderen Anlagen, sowie finale Feinschläfarbeiten an der Rennstrecke und Bauern von temporären Strukturen auf dem Gelände. Kommt neben RTL, Sky, SRF und ORF bald auch ServusTV dazu? Die MotoGP-Rechte haben sie sich ja bereits gesichert. Laut Dietrich Mattesitz seien sie ja kein Sportsender und eine Möglichkeit muss gut überlegt werden. Der ORF verzeichnete in letzter Zeit steigende Quoten, doch ServusTV will abwarten, wie die anderen Sender entscheiden. Denn die Marktsituation spielt eine entscheidende Rolle. Kommen wir zu Mikes Meinung. Die Kurven in Zandvoort sehen echt gut aus und ich freue mich, wenn es da endlich losgeht. Das gleiche gilt für Hanoi. Innerhalb eines Jahres eine Rennstrecke zu bauen, ist schon eine gute Leistung. Was Racing Point und die Kopie des Mercedes angeht, bin ich der Meinung, dass es okay ist, hier und da etwas zu kopieren, aber nicht 95% des Autos von 2019. Jeder hat seine eigene Meinung dazu. Sollte es zu einem Protest kommen, bin ich mal auf das Urteil gespannt. Zur Ferrari und der FIA kann ich nur sagen, dass es nun mal so ist. Das müssen wir so akzeptieren. Wenn ServusTV dazu kommt, was wäre da eure Meinung? Ja oder eher nein? Mir ist es ehrlich gesagt egal. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Florian2711. Er fragt, kann man den Vietnam Grand Prix trotzdem auf RTL schauen? Soweit ich informiert bin, ja. Das bedeutet ja nur, dass die Moderatoren nicht auf der Rennstrecke sind, beziehungsweise an der Rennstrecke sind. Sie senden das Ganze aus Köln. Wenn ihr mich jetzt auch supporten wollt, liked das Video. Und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.